In diesem Video möchte ich dir heute zeigen, wie du Farben mit GIMP verändern kannst. Ich gehe auf vier verschiedene Möglichkeiten ein. Dazu kopieren wir uns zuerst die beiden schon geöffneten Bilder jeweils einmal über Bearbeiten, Kopieren, Bearbeiten, Einfügen als neues Bild, Bearbeiten, Kopieren, Bearbeiten, Einfügen als neues Bild. Jetzt haben wir vier Bilddateien in unserer Leiste. Das erste Bild möchte ich mit dem Menü Bild Modus in Graustufen umwandeln. So kannst du ganz einfach ein Schwarz-Weiß-Bild erzeugen. Das zweite Bild soll wiederum im Modus bearbeitet werden, also Bild, Modus. Wir wählen aber jetzt die dritte Möglichkeit, Indiziert aus und stellen eigene Palette ein. Klicken auf Umwandeln und das Bild bekommt jetzt einen künstlerischen Charakter. Im dritten Bild wollen wir mit dem Menü Farben arbeiten. Wir wählen dazu Farben, Farbabgleich aus und können jetzt die drei Grundfarben in diesem Bild über diese Regler verstellen. Zum Beispiel mehr Zyran oder weniger Zyran. Weniger Magenta oder mehr. Man wählt in der Regel immer nur eine Farbe aus und dann kann man hier schon einen schönen Effekt erzeugen. Aber zum Ausprobieren darfst du gerne an allen drei Reglern etwas herumspielen. Mehr Gelb, weniger Gelb und auch so kann man ein Bild in einen künstlerischen Charakter verwandeln. Die vierte Möglichkeit wäre im Menü Farben weiter unten einfärben und hier kannst du jetzt ein Bild immer mit einer Grundfarbe einfärben. Bei mir ist jetzt Zyran eingestellt. Wenn ich an dem Farbregler arbeite, kann ich aber auch das Bild grün oder gelb oder rot machen und in die andere Richtung blau, lila, rosa, rot. Auch hier kannst du ein bisschen dich austoben und hast jetzt vier unterschiedliche Bildcharakter erhalten durch einfache Farbveränderungen. Schwarz-Weiß-Bild, Bild, Modus, Indiziert oder Farben, Farbabgleich und das vierte Bild war Einfärben. Wenn du alle vier Bilder bearbeitet hast, speicherst du dieses Mal die Bilder nur ab, über Datei speichern unter, nennst das Ganze Farben ändern, wählst deinen Ordner aus und klickst auf Speichern. Und lädst mir diese Datei bitte im Schulmanager hoch, sodass ich alle vier Bearbeitungen in einer Datei sehen kann. Viel Spaß bei dieser Umsetzung.